Hallo zusammen, hier ist Marco Zibung aus der Radiopilatus. Morgen schon und wie ihr seht, ich habe hier schon so eine Handschuhe an und wenn ihr euch so ein bisschen rumschaut, ich bin hier im Stall und mir wird jetzt ein Bein gebracht, wie ich tun melde. Wir schauen das Ganze nach der Mal an. Was kommt als erstes? Das frische Tüchle nehmen und kannst in eine Strichsruhe abputzen. Nimm einen Strich, drüben, 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 drüben. So kann man hier alles schön nebenan halten, das passiert hier ja, ohne Handwärtsung. Das kommt ab, das kriegen wir noch mal raus, das geht. Bravo, der andere noch, die eigene Koli Handwärtsung, wo das du willst. Das ist die Handwärtsung. Genau. So, letzter? Marco, gar nicht so einfach gewesen, oder? Nein, das ist äh... Ja, vor allem, ich wollte hier nicht wehtun, oder? Und das ist krass, oder? Das ist einfach etwas, was nicht alltäglich ist, oder? Krass, krass, wirklich. Wegых었 impl Presentation Radio Pinatus leggeweise Khamenn